Frau Professor Doktor Nath-Habil, what the fuck, da ist ja die Anrede länger als mein ganzer Text. Stopp, stopp, stopp. Bei mehreren akademischen Titeln musst du immer nur den höchsten verwenden. Also zum Beispiel bei Herr Professor Doktor so und so lässt du Doktor einfach weg und schreibst einfach nur Herr Professor so und so. Wichtig an der Stelle, gerade beim ersten Schriftverkehr ist die Anrede super wichtig, da muss das immer drin stehen. Erst wenn ihr euch dann irgendwann besser kennt, kann man die Anrede auch weglassen.